Oh, hoffentlich ist da ein Big Mac drin, ey. Ja, greif zu. Oh, du stehst schon wieder auf. Was ist los mit dir? Alter. Alter, was? Hey. Ich hab was zu tun. Ich hab was zu tun. Es hat ein paar Meds in es. Es war in einer Karte auf der Seite. Und da ist ein Zeichen auf der anderen Seite. Holy fuck. Ja. Okay, wir lineen alle auf. Alle. Niemand ist uns zu töten. Stealing von dieser Supply ist das gleiche als in deine Runde zu spüren, und zu schnauern, während du du schlauchst. Du stirbst. Was ist die Unterschiede? Was ist wenn Clementine gettet und wir nicht haben was wir brauchen? Was ist denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Lillie? Lillie? Was ist denn das denn? Lillie. Stal sie sie? Just keep talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. Du hast das größte Fehler in deine Welt gemacht. Oh shit. Wie ist es denn? Ich werde sterben. 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 Äh. 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 Wir haben mehr Zutaten. Wir können das Problem gehen. Zu late, Sch***er. Wir haben keine zweite Chance. Es war ein Mixer. Wir machen es nur dein Zeitpunkt. Ich werde es hören. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Äh. Äh. Wir werden dir alles verlassen. Lass uns hier rausgehen. So können wir uns einen kleinen Besitzleiter bezahlen? Sch*** das! Alles klar. Ich habe genug von diesem Sch***. Drew! Geh diese Sche***er! Oh Sch***! Keine Muni mehr. Sch***! Sch***! Auf jeden Fall! Hup! Oh oh! Geh zurück! Sch*** ihn raus! Alter! Ja! Da will ich mich! Sch***! Sch*** die Sche***er! Sch*** unsere Leute und sch*** sie in die RV! Was? Kann man mir nicht sagen, dass ich schießen soll? Na komm hoch! Komm hoch! Komm schon! Eins! Ach komm komm! Zwei! Das ist doch wohl ein Witz. Nichts Katja, rennt heim. Oh, nicht schon witz. Ach du meine Fresse. Zack. Ausgemerzt. Na komm, komm hoch. Zweite. Dritte. Ja, die treffe ich, aber die Zombie-Friend nicht. Reiner, reiner. Nichts da. Schieß, schieß, schieß. Die Zeichen getroffen. Oh, ich kann panik. Lilly, get in the RV. Screw her. Let her stay. Nichts, vergiss die. Arme Arsch. Lilly, kommt mit. Zack, zack. Und du? Außer. Außer. Kann ich nicht hier. Lilly, komm jetzt. Nichts da. Lilly, komm jetzt. Alter, wenn du loshörst. Hallo. Oh. Das ist ein langes Witz. Du bist okay? Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Oh, schieb. Oh, schieb. Oh, schieb. Ich bin sorry. Ich bin okay. 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 Wir müssen uns herausfinden, wie das passiert. Wir haben einfach alles verloren. Wir haben alles verloren. Wir sind glücklich, dass wir diese RV haben. Und niemand hat die. Katz hat es geschlossen. Ich bin okay. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was, was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly, is there something you want to say? Please, we have to get it out of you then. Ich bin nicht rum. Für sie nicht mein Hand ins Feuer. Schau, es ist der Ende des Mädels und vielleicht war es nur ein Fehler. Lelie, stoppen mit dem Finger an alle. Wir wissen, dass etwas passiert ist, und wir können es auf den Boden kommen, wenn wir die Hände halten. Ich weiß, was wir gefunden haben. Ich weiß, Lelie, ich weiß. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es war es beide? Was? Ich habe die beiden zusammen gesehen. Es war es beide? Schau, lass mich raus. Ich habe es nicht getan, aber ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Schau mir in die Augen und sag mir, dass du nichts zu tun hast. Lelie, schau ihn aus. Ich... Was ist passiert da? Ich habe etwas. Wir müssen uns stoppen. Okay, wir können jetzt mit dem zu tun. Tut mir leid, aber langsam glaube ich, dass es war. Kini, ist es sicher? Es sollte sein. Alle raus. Lelie, raus. Das bringt doch nichts. Ich höre sie doch jetzt schon. Ich höre sie doch jetzt schon. Aber da ist ein walker im Hintergrund. Oh. 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 Oh! und versuchen jemanden zu helfen. Jetzt, was der Problem ist? Ich weiß es nicht. Ich bin zu gutmütig. Ich bin zu gutmütig. Ich bin zu gutmütig. Ich bin zu gutmütiger. Ich bin zu gutmütiger? Du hast Lee mit dir das ganze Zeit gehabt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Wenn wir dich mit uns halten, wie lange, bis du mich bekommst? Ich versuchte uns zu schützen. Ich habe nichts übrig. Alles klar. Das ist nicht wahr gerade. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Lee, bitte eine Waffe. Wir müssen dich mit dir sprechen. hier. Du bist okay? Katja braucht dich für etwas. Was ist denn? Ist Duck okay? Nein. Was ist denn? Was passiert während der Waffe? Was ist der Plan? Wir haben noch nie einen Begriff in der Gruppe in der Gruppe. Ich werde mich darauf achten, und sehen, was ich kann machen. Aus einer medizinischen Perspektive. Wir halten den gleichen Plan, wenn etwas verändert. Im Westen. Leute. Was ist da noch zu tun? Wir denken, wir sollten es wissen? Es ist wichtig, dass wir uns ehrlich bleiben. In allem. Wenn du das sagen würdest, wir würden es empfiehren. Oh, die Kleinheit macht doch grad so viel mit, das ist doch nicht möglich. Oh Mann! Das gibt's nicht. Ganz ruhig kleben. Duck ist bitten. Huh? Er wurde bitten durch einen walker, um zu erinnern zu dem Motel. Ich... Ich fühle mich nicht gut. Was für Carly? Es gab kein Zeitpunkt für ein Verbrechen. Walkers? Ja. Horrible. Hat Clementine das nicht gesehen? Ich bin glücklich, dass ich dich bekomme. Ich auch. Ich hörte dich außerhalb von meinem Treuhhausen den Tag. Und dachte mir, dass du einen Hammer auf deine Hände verbrechen hast. Oh, wie süß! Ja, sehr schön, ne? Ja, das ist schön. Ich habe nicht, aber... Habe ich gemerkt. Habe ich gemerkt. Und meine Kleine ist echt putzig. Mein ganzer Körper ist gerade gerade, alter. Tut mir leid. Was? Was? Wie? Was? Wir haben etwas hinterher. Mach doch sowas nicht. Oh. Oh. Ich drück Kuh wie so ein Beklopter. Ich habe schon zwei Tastaturen. Ich drück auf beiden Tastaturen Kuh wie so ein Beklopter. Das geht gar nicht. Ich bin so ein Beklopter. 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 Das ist eine Beklopter. Das Blut wird nichts von uns auf uns verbrechen. Und ich möchte alle aus der R.V. außer ihr. Ich möchte nicht die Leute mit ihr in der Kuh. Nein. Ich bin so ein Beklopter. Es ist ein Fahrzeuger, Junge. Sei vorsichtig da. Was? Du denkst du, dass da etwas gefährliches in einem lokomotiven lokomotiven sein könnte? Ich hab' meinen Mund nicht verletzt. In der ersten Staffel haben wir Leute kennengelernt. Da schon dafür gebracht, dass zwei Leute sterben. Das, keine Ahnung. Im zweiten waren wir Psycho und haben zum Schluss doch noch, finde ich, auf jeden Fall die Kurve gekriegt. Mit der letzten Entscheidung. Das macht zwar nicht alles wieder weg, aber... Und jetzt das. Er kam ihr näher und sie wird einfach umgeschossen. Ich hab' meine Hände wirklich nur noch an der Tastatur und an der Maus, weil ich nicht will, dass noch eine stirbt. Wir haben Ben eine Waffe... Ich weiß immer noch nicht, wer die Medikamente genommen hat. Wir haben Ben eine Waffe gegeben, der der... Den ich am wenigsten vertraue. Und wir haben eine Mörderin. Also wir sind ja selber einer gewesen, aber wir sind... Wir haben eine Mörderin im Wohnwagen. Weil sie aus Emotionen jemanden von uns erschossen hat. Ich hab's aber mitgenommen. Einfach aus dem Grund, weil... Tut mir leid für diese kleine Talkstunde gerade. Aber... Einfach nur aus dem Grund, weil... Wärst du da gewesen, wärst du auch gestorben und... Ich will nicht, dass noch mehr Menschen sterben, auch wenn sie virtuell sind. Geh ich durch die Tür oder hier rein oder... Ach, Ben. Aber wer war es? Nicht das wieder. War es? Nein! Okay, dann. Aber wer war es? Was würdest du mit Lilly getan haben? Ich weiß nicht. Sie verlassen? Ich habe nie jemanden gesehen, wie jemand jemand so wie das. Ja, du hast noch ein paar andere Sachen gesehen. Ja, aber nicht so wie das. Man, jetzt tut mir die ganze... Tut mir leid, aber... Du bist glücklich, dass du mit uns all diese Zeit bleibst? Ja. Wirklich? Es ist mit euch, die wir sind tot. Ich hätte da in den Wald sterben. Just wie meine Klassen. Du denkst, dass das besser ist? Ja, natürlich. Oh, ich möchte nicht mehr. Die Tür zu der Boxcar. Rechts oder links? Ähm, ähm, ähm. Rechts ist die Tür auf. Hallo, hallo. Boah. Wow. Somebody's been living in here. Ja, man. Shit, think they're gone? Ich hoffe so. Aber das sieht schon mal benutzt. Geh auf den Schrauben und hab deinen Schrauben auf. Ich kann nicht mehr, Alter. Es sieht unöffnet. Benutzen. Ich nehme das an Katja. Für Dark. Ach ja, da war ja was, genau. Benutzen. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mit dem Walking Dead nie zwei Episoden hintereinander auflegen kann. Ich gehe nochmal kurz hier raus. Und das war sogar die richtige Seite. Genau. Weil ich nochmal ins andere verließen will. Ich werde sterben. Das sehe ich jetzt schon. Ich werde sowas zum sterben. Gehst du rein? Nein. Ich werde sowas zum sterben. Ich werde... Hallo? Maschinenraum. 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 Tollen Zombie. Wir haben einen. Walker. Sie sitzen in der Schraube. Wir haben ihn. Bist du verrückt? Zurück? Ich schieße da doch jetzt nicht rein. Denn das hört doch jeder. Will ich nicht. Hallo? Kann ich nicht schießen? Kann ich nicht schlagen oder so? Ich will schlagen. Oh. Ist das denn ernst? Wieso kann ich hier nur schießen? Was ist denn das für eine Auswahlmöglichkeit? Bitte keine Zombies, 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 bitte keine Zombies. Schieß doch einfach. Ich glaube wir haben ihn überlegt. Ja. Jetzt kannst du schießen. Ich geh da doch nicht ran. Was ist denn das für eine Auswahlmöglichkeit? Ich bitte dich. Die Episode macht mich nervlich, psychisch und technisch einfach nur fertig.